In diesem Video zeige ich euch, wie ich folgende Logo-Animation in After Effects erstellt habe. Hi, mein Name ist Joel und ich bin Corporate Designer und helfe Unternehmen dabei, einzigartig und damit erfolgreich zu werden. Kurz vorab noch ein kleines Geschenk und zwar ich habe ein Icon-Set mit 100 Basic-Icons erstellt. Dieses möchte ich euch schenken. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es euch in meine Newsletter anzumelden. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir haben lang genug gequatscht und wir springen ins Programm. Ja, im ersten Schritt werde ich jetzt hier erstmal eine neue Komposition erstellen. Diese werde ich Logo-Animation nennen. Breite mit 1920 Pixel und Höhe 1080 Pixel passt für mich. Wichtig ist hier jetzt noch die Filmrate anzupassen, nämlich auf 60 FPS, damit letzten Endes die Animation nachher noch richtig flüssig läuft. Hintergrundfarbe Schwarz passt auch für mich und ich klicke auf OK. Jetzt haben wir den Frame erstellt und im nächsten Schritt würde ich einmal die Illustrator-Datei, die ich erstellt habe. Hier in das Programm ziehen. Es öffnet sich dieses Pop-Up-Fenster. Hier wähle ich Komposition aus und einmal OK drücken. Jetzt habe ich hier links die Illustrator-Datei. Diese ziehe ich mir jetzt hier einmal hier unten rein und so ploppt dann wirklich in dem Frame, den wir vorgestellt haben, dieses Logo auf. Ja, wir wollen jetzt dieses Logo animieren. Im ersten Schritt setze ich hier erstmal einen Hintergrund. Dafür drücke ich Rechtsklick, dann Neu und dann einmal Farbfläche auswählen. Das Ganze nenne ich erstmal BG für Background und passe die Farbe in Schwarz an. Die ist jetzt hier schon so vorausgewählt. Das passt für mich, also klicke ich auf OK. Der Background liegt aktuell noch über der Animation, deswegen ziehe ich den einmal runter. und werde Doppelklick auf die Komposition machen, damit ich in die Komposition reinspringe. Im ersten Schritt wollen wir das Logo animieren, also sprich diesen Haken. Um das zu machen, werde ich jetzt im ersten Schritt hier auf der Ebene einmal Rechtsklick machen und einmal eine Unterkomposition erstellen. Wichtig ist, die einmal umzubenennen, einmal in Logo und dann hier das zweite auswählen, dass alle Attribute in die neue Komposition verschoben werden. Dann OK und dann haben wir hier, wie wir es hier am Icon erkennen, jetzt auch eine neue Komposition. Hier klicken wir einmal mit Doppelklick drauf und wir können anfangen, das Ganze zu animieren. Das Ganze soll natürlich ein Fad-Trimmer sein. Um das zu machen, werde ich jetzt hier erstmal den Zeichenstift auswählen und einmal hier entlang zeichnen. Ungefähr so. Wir können das Ganze natürlich im Nachgang anpassen, indem wir dann hier die einzelnen Eckpunkte ein bisschen verschieben, damit das Ganze dann auch wirklich in dem richtigen Winkel ist. Das Ganze mache ich jetzt noch ein bisschen breiter. Ungefähr so. Und werde die Kontur auch nochmal anpassen in der Farbe, die ich haben möchte. Dafür werde ich das Ganze ein bisschen auf Seite ziehen und dann bei Kontur das Ganze anwählen und hier die Pipette auswählen und dann einmal über das Logo gehen. So haben wir jetzt die exakte Farbe vom Logo. Das legen wir jetzt hier nochmal einmal drüber. Im nächsten Schritt können wir jetzt diesen Fad animieren. Dafür gehen wir jetzt hier links auf das Dropdown, drücken auf hinzufügen und dann einmal auf Fad trimmen. Jetzt haben wir hier dieses neue Dropdown-Menü mit Fad trim 1. Das öffnen wir einmal. Wir gehen hier mal 30 Frames nach rechts, drücken auf Ende markieren. Das heißt, es wird gespeichert, dass hier diese Illustration auf 100% ist. Wir gehen zu Anfang der Animation und setzen die einmal auf 0. Ungefähr so. Jetzt aktuell sieht man noch nicht so viel, weil natürlich das Logo drunter liegt. Wir könnten das natürlich auch mal eben ausblenden hier bei dem Auge. Und so sieht aktuell die Animation aus. Die Animation läuft natürlich jetzt noch nicht so perfekt flüssig. Deswegen werde ich beide Keyframes auswählen. Rechtsklick machen, Keyframe-Assistenten auswählen. Easy Ease. Jetzt sieht das Ganze schon etwas besser aus, aber noch nicht perfekt. Deswegen wähle ich sie nochmal aus, wähle den Graphen an, den rechten Ankerpunkt und werde den ganzen etwas nach links verschieben. Ungefähr so. Schaue ich mir das Ganze nochmal an. Dann sieht das schon sehr schön aus. Genauso möchte ich es haben. Jetzt sehen wir natürlich noch das Problem, dass sich die Formebene natürlich animiert, aber wir wollen die Logo-Ebene darunter animieren. Und damit das funktioniert, werden wir einfach auf das Logo klicken, dann auf Bewegte Masken, Formebene 1 auswählen. Und sobald wir das gemacht haben, überträgt sich die Animation der Formebene 1 auf das Logo. Jetzt können wir damit, wie das Ganze noch ein bisschen schöner gestalten, hier die Bewegungsunschärfe anwählen. Dafür werden wir hier einfach die einzelnen Kästchen anwählen und wir haben jetzt hier eine schöne Bewegungsunschärfe drin. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch hier, dass hier das nicht ganz abgehackt ist, sondern hier haben wir ein bisschen Unschärfe drin. Das macht die Animation einfach ein bisschen weicher. Perfekt. Jetzt gehe ich nochmal zur Grundkomposition. Wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, sehen wir halt wirklich, dass sich der Haken so aufanimiert. Das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Jetzt wollen wir natürlich noch den Kreis animieren. Dafür gehe ich hier in die zweite Ebene rein, wähle hier den Punkt aus, dann Rechtsklick und dann Unterkomposition erstellen auswählen. Das Ganze einmal in Punkt umbenennen, das zweite anwählen und OK klicken. Jetzt kann ich hier Doppelklick draufdrücken und ich bin in der Unterkomposition des Punktes. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch animieren. Und zwar drücken wir das an, drücken P für Position. Die Position werden wir uns hier natürlich merken, weil das ist die Position, die erreicht werden soll. Und zu Anfang werden wir das Ganze ein bisschen weiter nach oben verschieben. Ungefähr so. Perfekt. Und wir wollen auch, dass sich wirklich das Ganze verschwindet. Also sprich, dieser Kreis, der fällt in eine Ebene rein, damit er verschwindet und dann beginnt quasi diese Hakenanimation. Damit wir das machen, müssen wir jetzt einfach bei dem Punkt eine Formebene erstellen. Dafür wähle ich einmal nichts jetzt aus hier. Wenn das so ist, dann einmal bitte hier hinklicken, dann das Rechteck auswählen und dann einmal von hier oben bis hier unten ungefähr eine Form aufziehen. Die Kontur passe ich eben an, auf ohne und wähle einmal eine Fläche aus. Die Fläche sollte die gleiche Farbe haben wie der Punkt. Ungefähr so. Wir können das Ganze im Nachhinein natürlich hier auch noch ein bisschen verschieben. Und dann können wir im nächsten Schritt von dieser Formebene eine Maske erstellen und zwar auf zweiten Punkt. Und jetzt ist wirklich der Punkt in dieser Formebene drin. Wir wollen natürlich, dass jetzt der Punkt in der Form auch verschwindet. Damit das passiert, werde ich den Punkt einmal anwählen, den zweiten Keyframe und diesen Keyframe etwas weiter nach unten versetzen, so dass dieser Punkt in der Formebene einmal komplett verschwindet. Wenn wir uns das jetzt in der Grundkomposition anschauen, dann sieht das jetzt so aus. Das ist schon genau das, was ich haben wollte. Allerdings stimmt das Ganze vom Timing noch nicht und auch von der Animation des Punktes. Der Punkt sieht noch nicht wirklich dynamisch aus, deswegen werde ich diese Keyframes hier einmal auswählen, Rechtsklick, Keyframe-Assistenten, Easy Ease und dann einmal bei der Kurve das Ganze hier ein bisschen weiter nach links verschieben. Ich schaue mir das Ganze an. Es geht mir ein bisschen zu schnell, deswegen werde ich den Keyframe ein bisschen weiter nach rechts versetzen. Noch ein bisschen zu schnell, wahrscheinlich bei 1. Genau, bei 1. Perfekt. So sieht das sehr gut aus. Wenn ich das gemacht habe, werde ich hier auch noch mal die Bewegungsunschärfe anwählen, hier bei dem Punkt. Einmal hier das anklicken und das anklicken. Im nächsten Schritt gehe ich nochmal in die Grundkomposition, schaue mir das Ganze nochmal an. Und wir wollen natürlich, dass erst der Kreis verschwindet und sobald der Kreis verschwindet, animiert sich hier diese Haken auf. Das ist aktuell noch zeitgleich. Deswegen gehen wir jetzt in diese Komposition und werden einmal das Logo etwas nach rechts verschieben und so, dass wirklich genau, wenn der Punkt verschwindet, die Animation startet. Ungefähr so. Vielleicht ein bisschen weiter nach links. Perfekt. Genauso. Schaue ich mir das Ganze nochmal an. Aktuell fällt mir noch auf, dass der Haken etwas zu schnell animiert ist. Deswegen gehe ich hier nochmal in das Logo rein, drücke einmal U und werde das Ganze hier bis auf einen Frame versetzen. Weil so ist dann die Animation etwas langsamer. Ich schaue mir das nochmal in Komplette an. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende der Animation angekommen. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über Feedback freuen. Wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.